so freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen part new super mario bros aufnahme so ja so ihr seht ich habe jetzt wieder feuer machen und so weiter denn ich habe mich hier mal schnell offscreen jeweils zwei feuerblumen geholt also dass ich einen ausgerüstet habe und einen momentan dieses level ich hasse es so sehr und deswegen habe ich auch den partner letzter letztes mal so abgebrochen letzten part wisst ihr noch mein ich sag mal freudigen moment als ich diese musik in den ort hatte und dann kann ich eigentlich mit feuer verbrennen die drecksviecher also mal an ich kann mit y jetzt bloß hier drauf schlagen aber sie besiegen doch kann ich sehr sehr guter trick und zack dann habe ich einfach noch feuerblumen raus dass ich nicht getroffen werde und dann wieder hier die mitte ja mittlerweile habe ich es auch geschafft in der aufnahme jetzt diesen mauszeiger zu verdecken das ist ziemlich praktisch für aufnahmen habe ich mir so eine tutorial geschaut war ich ziemlich einfach aber ich bin einfach nicht drauf gekommen aber jetzt weiß ich es hä wieso wieso hangelt er sich da nicht fest habt ihr gesehen normalerweise hangelt er sich doch da fest so jetzt hoch da wo das war gefährlich nah an diesen elektroteilen dran ach nee ich bin da hinten verdammt hoch da ich glaube dass die zweite stark hat wenn ich mich nicht recht entsinne recht falsch erinnern so ich komme nicht hoch so jetzt sagt sagt muss ich da immer runterfallen auch leute ich lerne jetzt schon wieder dieses level zu hassen was war ich überhaupt da oben ist doch die starke nicht video also ist sie nicht aber das natürlich da wollen wir mal rein obwohl ich ich will es noch einmal versuchen leute ich will ja das level erst mal husten erst mal wie ich das level naja jetzt habe ich schon verkackt einfach dass ich da runter gegangen bin hat hat schon verkackt egal lassen wir das thema so ich fast ganz runter gefallen zack also y y also für die leute die es interessiert also für diese attacke muss man drücken hier ist einfach wirklich viel zu einfach versteckt die starke findet jedes kleine kiel viel könnte ich so wartet nicht 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 töte mich nicht nein bitte john so hier dran und zack zack ich krieg auch noch fahren so dachte er könnte mir hier entwischen so da hoch komm jetzt halt also so wie es aussieht hätten wir hier schon fast hier sind wir glaube ich letztes letztes mal gestorben ich hasse dieses level zack so bis hier an und die beiden besiegen ah immer wenn ich das drücke werden die seiten getauscht aber du entkommst mir nicht alter nein ich geh weg so jetzt hier hoch nein ich hasse dieses level leute ich hasse es ich glaube weiß nicht wie oft ich schon gesagt habe wie sehr ich es hasse das kann ich gar nicht in worte ausdrücken wie sich dieses level hasse dann komm her bam betrogen weniger was 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 boah leute soll jetzt muss ich ganz gut still sein weil ich einfach dieses level nein leute dieses gehört dass dieser part hat letztens schon nur neiger hieß halbzeit komme ich hab's glaube ich geschafft also die halbzeit bin ich schon es gibt ach es gibt gar keine halbzeit in den level auch gott leute dieses level scheiße ich könnte jetzt da hoch und wahrscheinlich mit der letzte starkein holen so erst das weg ich komme mich um alle drei leute so warum alle drei erledigt okay ich glaube jetzt werde ich hier okay starkein ist hier nicht aber vielleicht eine feuerblume oder ähnliches um mich zu verteidigen und wenn sie jetzt da zwei münzen sind gerade gut okay es ist wenigstens ein pilz der mich größer macht ja leute dieses level es hat mich der was abgefuckt okay bam ah ja jetzt setzt er seine na komm doch her bist du wie die behinderten schaut mal wieder läuft war ein tod leute sorry für meinen husten ich bin leicht erkältet hat würde ich auch nicht ausfallen lassen wenn ich zeit habe zum aufnehmen nehme ich ja immer auch gerne auf ich habe damit haben endlich dieses drecks level geschafft leute ihr könnt euch nicht vorstellen wie sehr ich dieses level lasse außer wenn ich selber gespielt habe dann dann vielleicht schon ja dann haben wir das ja auch geschafft können wahrscheinlich jetzt auch gleich schon speichern ich sollte mal wieder in die aufnahme wechseln denn sonst sehe ich immer nichts und wir haben da hinten irgendwas freigeschaltet klar speichern wir und nein fragezeichen box du kannst mich nicht dazu verleiten da wieder rein zu gehen naja jetzt werden wir uns dann erstmal hier den weg auch freikaufen ne machen wir später machen wir später am ende des parts weil wenn ich dann sowieso ausmache ist es perfekt wenn ich speichern kann schauen was er macht ich hoffe wir kriegen jetzt ein zufälligen gegenstand wenn er da drauf ist ach man kriegt immer so eine riesenblume sehr interessant heißt wir können eigentlich wir können jetzt im beliebiges level dass wir nicht mögen durchrape das würde mir einige einfallen leute die ich wirklich nicht gerne mag aber ich denke ich werde mir ihn für das nächste level aufsparen so zack oder was auch immer er sagt nur noch 13 leben leute meine noobhaftigkeit und kann ich dann beide rein da kann ich wieso ist die röhre da die tut doch eh niemanden verwirren scrolling level oder nicht anscheinend nicht oder so wieder so level werden wir jetzt eigentlich die ganze zeit von diesen komischen tinten fisch verfolgt der gm weg hell wieso stimmt denn ich könnte mit aufhören dazu kämpfen ich will meine feuer ich will meine feuerblume hat in dem kraft gesehen ich habe mich genau in der perfekten zeitpunkt gedruckt die kann man zu glücker schießen die drecksfiecher die gibt es auch im mario kart wenn ihr versteht dass diese tinten kalmare ich denke mal wenn ich von den getroffen werde krieg ich vielleicht auch noch das und eben perfekt woge weg das wecken wir nun die münze drin so ich möchte da rein ich möchte da rein ich möchte da rein das geht nicht könntest du bitte weg gehen du ekelhafter ok da kann komme ich nicht rein vielleicht da hoch ist es immer so schwer in röhren reinzukommen glaube ich auch nicht dass ich da rein kann und ich habe gleich die halbzeit erreicht ohne eine star coin ich glaube ich habe irgendeine röhre verpasst beziehungsweise keine lust dazu kommt da doch da kann ich ich möchte darunter doch bloß ich möchte bloß darunter lässt das irgendwann nach diese ich schaue gerade nur ob das irgendwann nachlässt damit ich da runter kann da kommt schon ein millimeter hätte noch gefehlt man merkt aber schon zum beispiel dass man hier stehen kann na komm schon ich weiß nicht wie ich da hoch kommen sollte runter kommen sollte als riesen mario als riesen mario kann ich versuchen leute na komm schon lasst uns alles zerraten schaut euch mal wie das aussieht was was ist es immer noch zu stark da muss ich halt von oben kommen da komm ich kann sich kaputt machen aber das kann ich machen aber ich kann schaut euch das hat nein habe ich jetzt einfach meinen eingang ach wisst ihr was wisst ihr was ich gehe jetzt einfach rein da kommt sagt sich ich habe meinen ausgang verbaut was mache ich denn jetzt ich glaube ich muss das level neu starten ich muss das level oh nein ich bin weiter so ja tötete mich machen was ich wurde gekillt soll jetzt an nächstes mal werden wir das level in speed up seien es durch machen hoffen wir es mal freizeichen block erwartet und leider auch nicht aber naja jolo sagen wir so zwölf leben leute wir rücken wir wie ach hier war die halbzeit okay stimmt stimmt so wo kann ich jetzt hier weiter da hoch sagt mir jetzt nicht dass ich da hoch konnte nein kann ich nicht was mache ich denn jetzt so hier ich weiß nicht wo ich hin soll wie kann es denn sein okay ihr habt mich ihr habt mich gekriegt mario aber hier komme ich auch nicht weiter hier ist so ein schalter woge weg gehe noch weg ich kann ja auch nicht besiegen den ich auf ihn drauf trete wo kriege ich jetzt ein pilz her beziehungsweise um diesen kerl auszureichen das gute ist wie wir wissen wo wir lang müssen aber da wir nicht groß sind oder irgendwelche feuerblumen oder irgendwas haben um uns zu verteidigen wird der kehrt immer näher kommen okay weg digga wir können alles auch mit liebe und freundschaft regeln bitte so jetzt hat kann ich da rein das möchte ich erstmal testen da kann ich verschläge dich rein na komm schalter kommt zurück so jetzt schnell weg wo er verfolgt mich halt instant machen ich kann mich auch nicht wehren er langsam irgendwann habe ich auch wirklich auch dieses spiel keine lust mehr leute ich weiß ja nicht ich weiß es ja nicht so spreche ich das dreck projekt sage ich jetzt mal ab ich hab's nicht ich bin zwar dagegen eigentlich projekt abzubrechen aber ich habe bisher alle durchgemacht die ich gemacht habe waren jetzt nicht besonders viele aber dieses dieses fakt mich einfach nur noch ab wirklich leute ich kann doch noch da runter dann geht da runter warum du kannst du ja noch wer wollte nach unten schubsen ich will einfach nur dieses level schaffen ich habe eine star coin das reicht für die zuschauer schnell 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 ich glaube ich hab's geschafft oder ja da hoch oder mich denn aber kann ich da runter schauen wir mal oh jawoll nein sie haben mir eine falle gestellt die arschlöcher haben mir eine falle gestellt um mich zu kriegen habt ihr gesehen leute diese kalmare sie sind böse oh gott ich habe mehr angst vor denen als vor slender oder irgendein anderen horrorspiel leute auch wenn ich zugebe ich habe mir dreimal die hose gemacht es hat nichts mit dem thema zu tun kann ich mir da oben vielleicht könntest du bitte weg gehen für schwein ich wollte mir gerade ein pilz können aber nur durch 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 dich aus fick dich alter fick dich ich schaffe ich habe in dem party zwar drecks controller du bist schuld dass ich wieder mal ist es ist dass ich das level mache hundertste mal ich muss mir hier die sarkoin holen das ist ja schon fast routine geworden dieses der bewegt sich so und berechtigt über fünf mal habe ich das level jetzt schon gemacht ich habe es gerade eine level anzeige sehen weißt du was fick dich stark ist mir scheißegal kurzer cut leute ich rufe feuer pilze habt den will leute dort mich das angekotzt und wir haben es anscheinend irgendwie ich habe so wieder bei einer bestimmten zeit abgeschlossen 222 oder 33 keine ahnung wie die zeit noch geregelt sind und und wir haben level level hier freigestellt jetzt muss ich mal wieder in die aufnahmen sonst sehe ich ja wieder nix ja begeben muss man rein schauen wir mal hier können wir wirklich krass gut level abstauben leute ihr seht es eine bowser card und drei so ich bin ich gleich mal nach oben ein level nein bowser leute werden so viele level abstauben können aber ich habe das ist halt einfach glück ob man da soll ich mal glück hat ja es ist halt so auch leute jetzt gehen wir hier mal in den level 3 weil ich natürlich nicht level 3 welt 3 der level ist ja noch mal das spezifische da drin ach leute wie ich diese fast aber jetzt werde ich alle sterben ihr fische auch ich freue mich schon aufs schneiden ich werde irgendwas ich würde irgendwas in diese stelle mit wo sie mich überrascht haben stein und die halbzeit ist auch weg scheiß drauf leute scheiß drauf wir werden jetzt dieses level durchspielen mit unserer feuerblume verpiss dich du scheiß drecks ding ihr wisst gar nicht was ich wie sehr ich dieses dinge hasse doch wisst ihr bestimmt das ist doch genauso wie ich es hat euch so viel zeit gekostet in dieser zeit hätte ich vielleicht schon die burg machen können die burg jetzt vielleicht nicht aber dieses haus da und leute dieses haus ist wirklich ein cooles level es ist vielleicht auch nicht so cool aber ich habe ich da wohl ein geheimes entdeckt zufälligerweise leute ich hasse es einfach so sehr ich weiß auch gar nicht mehr ob ich ob vieles weitergehen soll ich denke mal es gibt bestimmt noch schwerere level als diese hier ja es liegt vielleicht auch daran dass ich halt als kind habe ich dir als so jeden tag gespielt hat hat mir auch spaß gemacht und so jetzt ist es einfach nur noch abfang hoch drei okay ich bin immer noch ein kind aber okay kind nicht mehr aber ja ich weiß nicht früher hat das früher ich weiß nicht früher war ich auch besser in dem spiel es ist einfach die sagen wir mal gewohnheit aber es wird besser leute es wird das geht rein so geschafft so ist schau auf wir uns hier eine dritte starke noch können können hier ist wahrscheinlich nichts drin du da kann ich nicht rein schauen wir mal oh gott der kalmar verfolgt uns jedoch einfach weg was habe ich dir getan so leute jetzt geht es aber richtig los ich möchte raus hallo so so noch nicht da rein noch nicht in die münze noch nicht in die münze gehen denn wartet wartet und hoch jetzt habe ich euch gefickt ihr bastarde ich habe zwar nicht alle drei stark heute aber zwei habe ich gekriegt und ha ich hätte die feuerblumen nicht mehr gebraucht aber sie hätten einfach mehr sicherheit gegeben kann ich da irgendwo rein nee die sind einfach nur da wartet da gibt es doch diesen drei sprung schaffe ich den hier zack zack voll verkackt und zack so 800 naja leute das war's noch mit dem partner ich bedanke mich für die zuschauen wir haben heute überhaupt nichts geschafft im vergleich zu den anderen parts aber diese level die facken mich der was alle ab und ich glaube das könnt ihr auch verstehen also danke noch vorher zuschauen wir in unserer nächsten partie diesen wunderbaren level oder oder kann ohne leute die wollen wir doch sicher freischalten ciao